Guten Morgen, es ist jetzt kurz nach 4 Uhr und ich bin auf dem Weg nach Pessenbach. Ich möchte heute auf den Rabenkopf. Ich habe jetzt noch knapp zwei Stunden Fahrzeit vor mir. Das Wetter soll ganz schön werden. Schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Viel Spaß! Das Wetter soll ganz schön werden. Das Wetter soll ganz schön werden. So, es ist jetzt 6 Uhr. Ich laufe jetzt ganz gemütlich los. Hier ist jetzt halt noch nix. Hier ist ja auch nix. Und deswegen losst die Kamera jetzt noch länger aus und wir sehen uns gleich wieder. Musik Es ist 7 Uhr. Ich bin jetzt knapp über 1000 Meter. Das heißt, die ersten 400 Höhenmeter liegen hinter mir. So, ca. in 15 Minuten ist der Aufgang. Langsam sieht man auch, was da vorne soll. Ich will jetzt aber von bequemem Weg kommen, was bedeutet, dass ich die Stundlampe langsam ausmachen kann. Musik 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 So, Sturmlampe ist weg. Dafür ist die Jacke wieder an. Es ist eiskalt. Aber irgendwann kommt es da nicht rum. Und hier geht es dann irgendwann für mich hoch. Und da oben sollte irgendwo der Gipfel sein. Ist doch gar nicht mehr so weit. Musik 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 Das hat sich jetzt schon sowas von gelohnt. Ich bin begeistert. Musik 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 Nein, das ist natürlich nur der Gipfel. Aber es ist ein Gipfelkreuz. Es zählt. Oh wow. Für mich geht es jetzt weiter darauf. Rabenkopf, 50 Minuten. Das sind jetzt nur 250 Höhenmeter. Ich glaube, das schaffe ich schneller. Ja. 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 Hier werden wir jetzt auf dem Schwarzeck ankommen. 1527 Meter und jetzt geht es hier noch durch die kleine Mulde und hoch zum Gipfel vom Raumkopf. Das ist ja gleich geschafft. Die Aussicht ist hier schon spektakulär. Ja. Auf geht's. Ja. 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 Ach cool. Hier gibt es sogar noch einen Mini-Klettersteig bis zum Gipfel hoch. Das ist ja schön. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war der Rabenkopf. Bis zum nächsten Mal. Der Weg ist wohl ein bisschen einfacher, aber anscheinend auch schöner. Schauen wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal.